Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen mal wieder nach langer, langer Zeit. Ein Let's Play. Das ist wieder live aufgenommen. Und eins vorab, warum ist hier gar keine Kamera zu sehen? In diesem Spiel ist der Fokus einfach auf das Spiel. Nicht auf mich oder irgendwas, sondern reiner Fokus. Last Day of June. Der letzte Tag von June. Und wir sind schon in einer bisherigen kleinen künstlichen Art. Wir müssen uns wahrscheinlich einiges ein bisschen selbst ausmachen und die Emotionen sonstiges mit übernehmen. Ich kann nicht spoilern, weil ich nicht wirklich was kenne. Und es könnte durchaus gefühlvoll werden. Das muss man mal sagen. Ich habe bloß grob gelesen, noch was uns erwartet, damit ich natürlich weiß, was hier passiert. Also worum geht es eventuell und was wird passieren? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen. Sollte das auch nicht ganz hinten haben. Ich werde die gleich rotieren. Doch jedenfalls geht es jetzt mal los mit der Geschichte. Man, die beiden. Süßes Pärchen. Sie haben sich gefunden. Und mal ganz ehrlich. Ja, das ist doch... Ach, was ist das denn? Hallo. Oh, ganz typisch, Frau, hier ist kalt. Aber ganz gentleman, halt auf ins Auto. Mein Schatz, du musst nicht frieren. Ja, 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 ein bisschen knetzig auf die Beine, aber... So sind verliebte, Barbara. Aber alles lachen und... Oh, wir steuern jetzt. Entschuldigung. Da, äh... Ah, Entschuldigung, jetzt verstehe ich natürlich. Wir sind er und wollen jetzt natürlich möglichst die Jacke holen. Aber der Weg dahin... Ach, guck mal, mit einer Blume. Das sind... Na, warte, die Männer von heute. Wir... Ich will die Frage bringen, wie erst die Blume? Oder sollten wir... Na, unser Jun... Ja, erst die. Hier ist bestimmt kalt. Aber wir sehen schon... Na, so sieht es, ist schon der perfekte Ort. Und wirklich ein... Verliebtes Pärchen. Na, ein Spielplatz am Fluss. Und einfach mal sagen kann... Das Ganze passt, das haut hin. So muss es sein. Ist der... Okay, gut, das ist jedenfalls schon mal ein sehr stabiles Auto. Hier ist die Jacke also nicht. Ist sie dann, äh... Was ist auf der Seite eben zu finden? Runtergefallen? Aha. Was ist denn das? Aha, ein kleines Deckchen hat sie sowas. Okay, gut. Aber unser Verlobten ist natürlich auch... ...durchaus öfters kalt. Jetzt wünsche ich noch mal... Die Blume, die wird es weggeschmissen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Wenn die gleichzeitig noch mitnehmen, weil... Zwei Präsente auf einmal. Jetzt ist die Blume tatsächlich weg. Schade. Aber erst mal... ... bist du mir wichtiger, Schatz. Oh, sehr schön, Künstlerisch. Das ist der perfekte Ort. Wirklich, Inspiration zu holen. Hey! Schaut mal an. Oh, schenk aus dem Nichts. Okay. Ich... 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 Schau. Aber wie ein alter Opa. Schwelgen in Erinnerung. Geschenke am See. Es ist, es wirkt schon fast ein bisschen zu, zu heile Welt, muss man einfach sagen, das ist natürlich auch. Ach, hätte ich, wenn er mal Wunschdenken hätte, natürlich. So ist doch eigentlich das Leben, so wünscht man sich's doch, das ist so Bilderbuch. Aber erst mal, wer stört denn da jetzt, ne? Mensch, wir sind so verliebt. Oh. Ein Geschenk vom Opa findet. Oh, wei, wir haben einen kleinen Jungen. So wie's aussieht. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Papa. Hat der heute vielleicht Geburtstag und dafür nehmen sie sich Zeit? Und alle denken auch an ihn. Das ist halt echt schon zu schön, um wahr zu sein, dass... Alle denken an ihn. Tug was für ihn und hier sehen wir's nochmal. Das ist halt unser Superman. So wie er sein sollte. Das ist, das ist hellig. Er ist sowas von dünn, kann sich hinter jeder Laterne verstecken, aber dann... Er ist doch einfach der Superheld. Es ist einfach der, der Superman und wir sehen's auch hier an diesem Bild. Es ist einfach ein Pärchenausflug. Sie liest gerne Buch, sie malt gerne. Sind in der Natur unterwegs und er genießt es einfach, bei ihr zu sein. Und ihr das Ganze natürlich auch schön zu machen. Oh, das Geschenk niederlegen möchte ich aber auch gerne hier nochmal. Da sehen wir das. Das ist also die ganze Familie. Da scheint er noch. Ist das die Schwester oder die Mutter, nämlich? Ich kann es gar nicht genau sagen. Und hier vorne, der kleine Junge hier jedenfalls. Der gehört auch zur Familie. Und wie wir schon richtig geahnt hatten, das ist der Opa, der immer mit dabei ist. Ein kleiner Vogel. Der auch noch hier mit bei uns gehört. Ja, und wie wir schon richtig abenden. Also das ist mal eine Künste drin. Mitten in der Natur. Absolut cool. Also das ist halt, so würde ich auch gerne mal einfach nur streamen. Mitten aus irgendwo der Natur. Und dann frei raus. Aber das ist halt mit Zeichen natürlich einen ganzen Ticken einfach. Wir können das Geschenk hier hinlegen. Können Sie auch auf den Ofen? Nein. Ganz, ganz kurz. Das ist somit also, dort heißt natürlich June. Das steht entsprechend für mich jetzt, für die Frau. Aber wir werden das Geschenk hier hinlegen können. Eventuell können wir es auch woanders hinlegen. Und vor allem, was würde es auslösen? Hier sehen wir schon, es ist also, wow. Das ist jedenfalls die Künstlerwerkstatt. Und ich sage mal so, künstlerisch, also da kommt ja mal gar nichts ran. Das ist halt... Ja, da gibt es ja noch einen kleinen Bussi, das ist so süß. Guck mal durch die Tür von der Seite aus. Ne, okay. Aber wir können das Geschenk auch da hinlegen. Neben den Süßigkeiten. Wobei eigentlich Abendbrot. Oh, das ist schon wieder so... Ah, wie man es macht, man macht es verkehrt. Ihr wisst es ja, ne? Das ist... Aber jetzt gucken wir mal oben, wenn es in Richtung Bett geht. Kann ich sie auch irgendwo verstecken? Okay, das ist jetzt auch noch eine Künstler. Ach, das ist ein Haus, das ist ein Wahnsinn. Teilweise mit Stein. Ein Traum hier auch. Ich nenne es mal hier. Das scheint irgendwie seine Ecke zu sein. Auch direkt auf dem Kissen. Ach, ein Herzkissen. Ne? Oh. Okay, gut. Dann müssen wir noch einen besseren Ort finden. Anscheinend mag sie das nicht so. Vielleicht doch eher... Haben wir hier das Schlafzimmer irgendwo? Nein, noch nicht. Das ist noch... Okay, ein kleines bisschen die Rumpelkammer. Wir machen das Ganze mal hier. Aber auch... Ne, ne, da finde ich noch besser. Da kam mir der Gedanke. Was für ein Geschenk mache ich ihm? Oh, ist sie schwanger? Nein. Sie haben bereits einen kleinen jungen Hund. Ein Haus, also eine Familie. So wie du sie haben möchtest. Und... Es ist ein schein... Als wenn sie verliebt sind. Aber what the fuck sind das für Schüsse? Da ist doch dieser eine Jäger gewesen. Was ist denn da los? Sie ist doch noch am Haus, die June, oder? Alter, da kriegst du ja aber wirklich eins. Sie schießt schon auf unsere June, oder sonstiges. Ja, ja, such dir wen anders. Ja, ja, such dir wen anders. Okay, jetzt tun wir uns das. Auf der Suche nach June. Und ich würde hier ja mal sehen, wie er auf die Bilder reagiert. Okay, also ist auch erstaunt. Aber jetzt hier... Oh, das ist ein schöner Körper, ne? Okay, hier ist ja schon mal nichts. Ich kann schon mal das Essen vorbereiten. Das wäre auch mal ein Job, den auch jeder mal tun kann. Es ist um 3, 15 Uhr also. Aber jetzt gehen wir mal, wir können doch nicht lange warten. Wir wissen doch, was wir sehen wollen. Ah? 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 Oh. Warum ist die so? Ah, könntest du bitte mal helfen? Ich ahne was. Hey, oh. Ah. Ähm. Ah. Ah. Einfach nur zurückgebracht. Komm, schau mal mal. Hm. Hm. Ich sag ja, der ist... Der ist verliebt, der gute Junge. Das ist ein Traum. Oh. Ja, sein Junge. Hat er gut gemacht. Hat er gut geschossen. Wie ihm aus dem Gesicht geschnitten. Das ist... Was sagt er hier? Weil das ist eigentlich ja nicht so, als wenn es nicht hinhaut. Ah, ja. Okay. Eher fragenwürdig. Ah, ja. Alles klar. Und hier haben wir definitiv schon die Beziehung, dass er einfach der Nervensack in der Familie ist. Und wir schauen mal her. Hm. 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 Oh, guck, du, du. Da schmutzelt er. Wahrscheinlich ein kleiner Komiker-Baba. Aber jetzt komm. Jetzt lasst uns doch endlich hochgehen. Ganz um. Hallo. Hallo. Da ist niemand. Eben war sie ja noch hier. Doch. Okay. Ist sie schon wieder weg? Oh. Es ist halt mega schön zu sehen, wie gerade in der heutigen Zeit die Menschen einfach auch mal zurückschauen müssen. Und einfach realisieren, auf das, was sie haben. Und nicht immer mehr, mehr, mehr. Man will immer das, was man nicht hat. Es ist so schlimm und deswegen ist es sehr herrlich zu sehen, dass gerade mit dem, was wir nur in diesen paar Minuten sehen, dass es einfach traumhaft ist. Überraschung, raus aus dem Leben, Alltag hinter sich lassen. Hm. 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 Ah. Ah. War mal wirklich so süß gezeichnet, dass sie mit dem Geschämmenstück still und heimlich wo es hingehen soll, wo sie sich wahrscheinlich kennen und auch lieben gelernt haben, so wie es aussieht. Auf dem Bild sind sie noch ein Tickchen jünger. Und. Ah. Ist ein Auto immer mit leichten Startschwierigkeiten, aber jetzt. Läuft der kleine Trabi dann doch. Richtung Hafen. In der Musikliste bin ich ganz so gut, das ist sehr bedächtlich oder vorsichtig, möchte ich ja schon fast sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob unser, ob unser Süßer hier überhaupt weiß, möchte ich weiß, schwanger oder sonst, oder was ist da los? Ah ja. Reiß auf. So, grab'r ab zum Auto. Das ist ein schöner Tag wie diesen. Auf geht's. Ja, selbst die Kirche, da ist jetzt wieder die Blume, aber die könnten wir jetzt natürlich nicht nehmen, weil wir ja das Geschenk schon haben. Und ich habe leider ein doofes Gefühl, dass wir das Geschenk so schnell nicht aufmachen werden. Was natürlich im Auto, wenn hier nichts weiter anliegt. Steigen wir mal schnell rein. Na komm, machen wir. Na, versuch's weiter. Ja, du wirst ja, ich... Ich habe halt ein bisschen Angst, ne? Es kommt ja kein Auto, aber ich habe echt ein so unbes Gefühl, aber auch keinerlei Signale, sage ich jetzt mal, dass unserem süßen Pärchen hier was Böses passiert, aber mir graut das ein bisschen, ich bin ganz ehrlich. Ach, ich lenke jetzt einmal selbst. Ähm. Oh, okay, das muss man jetzt selbst machen. Entschuldigung, dass ich das wohl gewusst. Ich bin mal vorsichtig, das ist natürlich meine geliebte, der Geschenk. Wir haben uns im Ort, wo wir uns kennengelernt haben. Da werde ich ja nicht ganz vorsichtig fahren und nichts antun. Und ich bin, glaube ich, viel zu idyllisch, als dass es so bleibt. Aber es ist halt schon echt sweet. Man muss sich auch bedenken, dass die Weiße so frisch verliebte. Und dann, ja, so kleine, neckische Sachen. Und mal ganz ehrlich, da freuen wir uns doch alle drüber. Es sind halt die kleinen Dinge und nicht immer nur die riesen, mega Geschenke, sondern... Meine liebe Aufmerksamkeit. Du gehst zur Arbeit, merkst plötzlich, dass du einen Zettel in deiner Taschenjacke hast, wo draufsteht, ich liebe dich. Oder so eben wie hier, wo er ganz verliebt natürlich die Decke sofort vom Auto holt. All liebsten noch die Blume mitbringen würde und dafür ein Geschenk bekommt. Und wir haben ja gesehen, möglicherweise erwarten sie sogar nochmal ein Kind. Okay, er hat um den Albtraum mit Auto geräuscht, ne? Nein. Oh nein. Oh nein. Das heißt also, ziemlich eindeutig, dass er, wie es aussieht, seine geliebte Frau, beim Verkehrsunfall, eventuell verloren hat. Es sind keine Bilder mehr da. Es ist nichts von ihrem Haus. Alles, was vorher war, ist einfach nicht mehr. Die Welt ist zerstört, so wie es aussieht. Und auch ich, muss man sagen, hatte ganz schnacklich selbst mit dem Rollstuhl auch so schwer verletzt zu sein. Und wieder ein leerer Kühlschrank. Ich glaube, in solchen Situationen... mehr als verständlich. Nur, wie, wie willst du hier halt einfach auch leben oder vorangehen? Du warst vorher immer zu zweit. Sie haben... alles zusammen erlebt. Richtig und dünn. Und... jedes Tag nehme ich diese scheiße Erinnerung und... Du kannst einfach nicht. Es geht einfach nicht. All die Erinnerungen. All die Möglichkeiten. Plötzlich ist alles so unerreichbar. Wir sehen es jetzt. Ein Schicksalsschlag. Ein kleiner, verdammter Schicksalsschlag. Nichts, dass wir nicht sein. Oh Mann. Er muss durch die Tür, denn da... liegt der Öffner, wie wir ja vorhin gesehen haben. Und das heißt auch, dass er... in ja absolut Allerheiligstes gehen muss und... möglicherweise da alle Erinnerungen sind. Die nicht mehr in der gesamten Wohnung sind. Ja. Alles weg. Alle Bilder. Alle Erinnerungen. Bis auf... zwei Kisten. Zwei Kisten aus dem Leben einer wundervollen Frau mit einem Sohn. Die ein weiteres Kind erwartet. Einen tollen Mann hatte. Nichts als zwei blöde Kisten sind wir. Das ist doch scheiße. Es ist halt... Es ist halt... Ja. Immerhin hat er... gefunden, was er gesucht hat. Somit kann er doch vielleicht, trotz all seiner Sorgen und seinem beschissenen Schicksalsschlag, sich zurückerinnern und, wie wir sehen, beginnt es tatsächlich als kleiner Junge und ich ahne, dass die beiden sich wirklich schon von klein auf gekannt haben. Oh, das ist ja unser Hund. Sind wir jetzt eventuell der Kleine? Schnell ausrasten, schnell weg. Komm weg von unseren Eltern. Aufhol jetzt, den Ball holen. Ich habe nichts gesagt. Das ist, glaube ich, die schlimmste Erinnerung, die du gerade in dem Moment wiederholen kannst. Wenn er fühlt, dass er der kleine Junge ist und nur den Ball holen wollte und dann seine Eltern nach Hause kommen wollen und im Ausweichen sterben. Und so wie es aussieht, ist die Erinnerung noch nicht so gut. Nicht aufgeben, Kleiner. Komm, einmal noch. Wenn natürlich solche Magie dauerhaft da wäre, ist es halt die Magie der Erinnerung, wie wir sehen. Alles. Nicht nur die Kisten bleiben über, sondern auch alles Erlebte. Das ist wohl auch in solchen Situationen das Einzige, was einen halten kann, was einen. Natürlich in Trauer zu versenken und es ist alles scheiße in solchen Situationen. Vielleicht doch dann voranzugehen und raus. Sich rauswagen. Das ist halt... Das ist halt nicht so schöne Erinnerung. Man hat jeden Tag... Man meint immer, dass die Routine ist da. Man lebt immer das Gleiche von vorn bis hinten. Wir stehen auf die Uhrzeit, müssen so doofen Arbeit. Und dabei vergessen wir einfach, genau wie wir hier sehen, diese kleinen Leute. Diese zwei, drei Minuten kurzen Spaß ohne Gedanken an all diesen Krams, der den ganzen Tag durch den Leben zieht. Und darauf kommt es an. Genau das, was wir hier sehen. Diese Erinnerung. Einfach diese Beisammensein. Diese Beisammenkeit, Zweisamkeit. Die Liebe. Und natürlich auch die Familie. Da muss der kleine Junge aber mal ein bisschen stillhalten, dass er ein ordentliches Bild draus wird. Fällt einem bestimmt nicht leicht als Kind, aber... Ah, bei dem Papa. Da sehen wir es doch. Kommt er an die Blume, die wir vorhin leider... Man muss nur sagen, fast versemmelt haben. Ist dann da und... Ich habe fast schon ein bisschen Angst, dass wir hier zu weit Richtung Straße gehen und... Aber nein. Und das ist so schön. Die sind beide im Element. Er unterstützt sie. So wie wir es hier eindeutig sehen. In jedem ihrer Momente. In der Natur. In ihrem Malen. Einfach in dem, was sie mag. Und wir sehen, es passt. Einfach die Arsch auf einmal. Gucken wir mal genau hin, welche Form sie ergeben. Es ist ein kleines, süßes Herz, die sie ergeben. Wie ich schon sagte, es sind die Details im Leben. Ja, als alte Schlatter-Tante muss auch meine Frau erhalten. Zumindest begeistert. Man hat natürlich auch nicht an jeder Ecke und Kante Möglichkeiten. Man sieht schon, wie manchmal ein Stein im Weg liegt und alles blockiert im Leben. Erinnerungen sind leider treuigerweise meistens das. Es ist gut, ich bleibe dann, wie solche Schicksalsschläge wie diesen erleben. Das heißt ja nicht auch noch durch das eigene Kind vor Augen hast, was fast überfahren wird. Und du, jenige, bist der Pferd. Doch, hier waren wir uns noch mal ein bisschen aus der Sicht. Einiges kann schon. Oder auch nicht. Okay. Also, das ist jetzt fragt. Wer muss hier wirklich allein mal durchgehen, dass die Änderungen, ja. nicht erreichbar sind. Wie ich schon wieder sagte, Einstein und... Da komme ich natürlich nicht durch. Wir suchen mal ums Haus, weil die Geschichten sind ja nicht immer vor der Tür. Okay, wir probieren es hier doch einfach mal von drin und sehen uns einfach die erste Erinnerung an. Was ihm einfach auch einfällt als Erinnerung zu dem kleinen Jungen. Vielleicht natürlich nicht so nur was Schreckliches im Leben. Wir müssen mal sehen. Doch, wir legen mal los. Doch, wir legen mal los. Wir müssen mal. Oder H